Wir haben heute mit den B-Bots gearbeitet. Wir haben solche Straßen auslegen müssen und dort haben wir dann Roboter in B-Bots programmieren müssen, dass er genau auf der Straße entlang fährt und mir hat das sehr gut gefallen. In dieser Doppelstunde haben wir heute mit den B-Bots angefangen und bei unserer Gruppe haben wir mit den B-Bots alle Buchstaben nachgefahren und mir hat es sehr gefallen. Wir haben heute in der Stunde mit den B-Bots gearbeitet. Wir haben Buchstaben bekommen, die man nachfragen muss. Wir haben auf dem Zeitpunkt die Gefäge draufschreiben müssen, die dann beim B-Bots eingehen müssen und die dann abfahren. Wir haben die Stunde sehr gut gefallen.